Drei, zwei, eins. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben Samstag, den 27.08.2022. Und wie es Samstag so ist, da gibt es ja nichts Schöneres als den Samstalk oder Verantwortungstalk, wo wir aus dem Alltagstrott oder Fluss auftauchen und uns für alles mal die große Verantwortungsfrage stellen. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen, weil in unserem schönen zensurbefreiten Forum da auch Threads sind für die Talks, auch für die Samstalks. Und das Forum heißt www.freie-argumente-kultur.de. Und ja, also ich kann sagen, wir haben heute einen speziellen Ort. Also ich bin hier in Berlin im Friedenscamp, wo wir ja den Protest gegen das System seit 2020 hier auch in Form eines Zeltgemeinschaftsprojekts machen. Und wo wir hier dann nach dem Motto sind, wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Und die Lösung, da wollen wir auch die Lösung sein, die wir in der Welt sehen wollen, auch gemeinschaftlich und systemisch. Ja, also es ist hier ein turbulenter Ort, ein spannender Ort, wo, wie mein Mitschenker Jannik gerne sagt, sich Abenteuerplatz und Psychiatrie die Hand reichen oder sich miteinander verbinden. Und da kann er noch mehr zu erzählen. Ja, also ich denke, wir fangen damit an. Wir machen einen Redekreis und flexibel so, also dass man wechseln kann zwischendurch. Jeder hat so seine Zeit, sonst beim Redekreis gibt man einen Staffelstab dann so weiter. Ja, ich habe ja als neuen Vorschlag, dass wir Wechselwunsch rufen, weil Öffi ist immer so eine Sache, da muss man immer Wechselwunsch und dann macht der andere einen kurzen Stopp und wiederholt nochmal seinen Gedanken, bringt ihn zu Ende, macht ihn rund und dann kommt der andere dran. Das ist toll, ja genau, so wollen wir das heute machen. Und wenn ich richtig verstand, dann fangen wir an mit zehn Minuten pro Person, damit man da am Anfang nicht so hin und her springen muss und die Leute ihren Faden so ein bisschen beschreiben können. Ja, ich gebe dann einfach, denke ich mal, an den Dillen für den ersten inhaltlichen Beitrag ein. Ja, also ihr könnt, wie gesagt, jederzeit Wechselwunsch rufen, gell? Ja, und dann mache ich den Gedanken nur noch rund und dann geht gewechselt es. Und ja, also es geht los. Wechsel vier. Ja, ich hatte gestern ein tolles Telefonat, etwa eine Stunde mit einem Politiker. Ja, ja, und im Moment, da ist mir so nochmal so klar geworden, was eigentlich das Problem ist. Ja, dass eigentlich die alternative Szene ja aus meiner naturwissenschaftlichen Sicht im Moment leider völlig versagt, da sie völlig zersplittert ist, völlig gespalten ist und völlig unfähig zu einer Kooperation und zu einer Minimalkonsens-Kompromissfindung oft auch gar nicht bereit ist. Noch nicht mal bereit ist, mit Andersdenkenden überhaupt hier zu sprechen, ja, in der Popperfrag sozusagen, ja. Und das ist, da mittlerweile bin ich immer näher an dem Gedanken, dass da wirklich nichts geschehen wird. Auch das aus der alternativen Szene, gerade heute war bei uns Großdemo, Fridays for Future und so weiter. Enteignen, enteignen, enteignen. Wahrscheinlich haben sie das geschrien und so weiter. Und das heißt eigentlich ein Konzept zur Verschlimmbesserung einer Gesellschaft und zur teilweise Verarmung einer Gesellschaft, ja. Und aber gut gemeint ist ja alles, alles ist gut gemeint, weil die Leute ja ihre vorteilbringenden Irrtümer alle mit Begeisterung für Wahrheiten halten, ja. Und da ist eben einfach für mich der Punkt, dass ich sage, im Moment sehe ich wirklich nur noch den Sinn, mit den Großparteien ins Gespräch zu kommen. Und das geht mühsam durchaus. Und zwar auf den unteren Ebenen kann man wirklich mit den Leuten direkt Telefontermine ausmachen oder direkt sprechen teilweise. Und auf den oberen Ebenen soll ich zum Beispiel am Montag eine bestimmte Nummer anrufen, um dann mit einem Mitarbeiter und Zuarbeiter von Friedrich Merz, dem Parteivorsitzenden der CDU, zu sprechen, über die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und die Ersetzung durch die GWÖ-GWO-Kombi. Und die ÖDP habe ich noch auf dem Schirm, die will ich anrufen, weil das die unter den kleinen Parteien die einzige ist, die sowieso Fan der Gemeinwohlökonomie ist und damit auch leichter zu gewinnen ist für die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, ja. Und generell war ja die GWÖ die einzige, die es bis ins ZDF geschafft hat, also von allen alternativen Sachen, war eigentlich nur die GWÖ in den großen Medien bis jetzt und ist überall, wird von Habeck diskutiert, von allen großen Parteien diskutiert, bei der SPD diskutiert, überall gibt es Sendungen. Und immer nur ist es die Gemeinwohlökonomie. Das sollte eigentlich der alternativen Szene zu denken geben, dass da in der Richtung wirklich die Lösung liegt. Und in der GWÖ-GWO-Kombi liegt dann halt aus unserer Sicht die perfekte Lösung. Und der andere Punkt, jetzt gehe ich mal auf das ein, was wir das letzte Mal besprochen haben, nämlich, dass Yannick und Öffers eben ein Weltbild und ein Menschenbild haben, das aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht einfach zu optimistisch ist. Nämlich, dass der Mensch in gewisser Weise ein geistiges Wesen, ein Denker sei, der Kraft seines Denkens alles gestalten und sein eigenes Leben regeln kann und will. Und wir Naturwissenschaftler sind vom Menschen eher sehr enttäuscht. Wir sehen ihn als doch sehr primitiven Savannen-Bonobo, der also kaum mehr Denkfähigkeit hat als der echte Bonobo und durch die Erfindung des kapitalistischen Tauschhandels quasi sich selbst die ganze Welt, die ganze Erde und sein Leben und sein Glück ruiniert hat, weil er zu doof und zu dumm war, zu verstehen, wie gefährlich kapitalistischer Tauschhandel ist und dass er eben zum Glückszerstörer wird, zum Gesundheitszerstörer, zum Erdzerstörer, zum Lebenszerstörer und zu allem wird. Das haben, da waren die Menschen vor 400.000 Jahren zu blöd und zu bescheuert von wegen geistige Wesen, zu bescheuert, um das vor 400.000 Jahren zu verstehen. Und heute, ich rede ja jeden Tag mit den Leuten, die sind einfach zu bescheuert und zu passiv und phlegmatisch und zu egoistisch, um überhaupt sich um das große Ganze auch nur Gedanken zu machen. Das sind oft sehr tolle Gespräche, aber tun tut praktisch keiner was. Manche werden Mitglied der Partei, um da so ein bisschen zu helfen, aber nur weil ich ihnen ja auch verspreche, dass sie nichts tun müssen. Und die wollen auch alle nichts tun, denn was tun will keiner. Und das ist der Punkt und die Politiker sind wirklich ansprechbar. Und jetzt meine Schlussfrage ist jetzt quasi so, um das zu starten. Ja, es kann ja sein, dass wir Naturwissenschaftler uns total irren. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ist die richtige Aktionsstrategie, um die Welt zu heilen, ist eine, die wir beide nicht kennen. Die Öff-Öff nicht kennt, Janik nicht kennt, der Weltrat nicht kennt und die ganz woanders liegt. Das ist die eine naturwissenschaftlich denkbare Möglichkeit. Die zweite ist, dass Öff-Öff und Janik recht haben mit ihrer Aktionsstrategie. Dann aber bitte sagt mir, wo ich mich irre, warum ich da keinen Sinn drin sehe. Und dann die dritte Möglichkeit ist, dass eben der Weltrat recht hat, GWÖ, GWO-Kombi mit der großen Politik, mit großen Parteien, auch mit einer kleineren Partei, der ÖDP, wegen der Nähe zur Gemeinwohlökonomie. Also eine der drei Dinge ist ja die Wahrheit aus naturwissenschaftlicher Sicht, weil es für die Naturwissenschaft keine acht Milliarden verschiedenen Welten gibt, sondern nur eine gibt. Und wir müssen jetzt ringen darum, uns der Wahrheit anzunähern. Deswegen meine Frage, wo irre ich mich, wenn ich sage, es ist, alle Kräfte müssten gebündelt werden auf die Gespräche mit den großen Parteien. Und das kann der Öff-Öff und der Janik genauso gut wie ich, die Leute anrufen und ins Gespräch kommen. Das geht, wenn man sehr freundlich mit denen spricht und so weiter. Das geht. Ja, soweit meine Frage, wo irre ich mich, wenn ich sage, ich setze nur auf Gespräche mit großen Parteien und der ÖDP und so weiter. Wechsel, ich gebe es also in den Raum zurück. Ja, okay, dann ist mir jetzt eben was dazu eingefallen. Ja, sag einfach immer nur Wechsel drei, damit ich die richtige Uhr starte. Wechsel drei. Los. Ja, dann ist mir jetzt was dazu eingefallen. Und zwar, wir hatten jetzt hier auch das Thema bei uns im Camp, dass Leute sozusagen Ideen hatten und die aber dann enttäuscht waren, wenn die halt nicht umgesetzt waren. Und ich glaube, und das ist mir dann auch in den Sinn gekommen, Öffi hat mal gesagt, er hat nie geguckt, ob andere Leute da mitmachen. Also vielleicht gebe ich es jetzt auch nicht ganz korrekt wieder, aber Öffi, korrigiere mich gerne, wenn da noch was zu korrigieren ist. Du meintest mal sowas wie von wegen, du hast nie groß geschaut, ob jetzt andere Leute dir nachfolgen, sondern du hast das sozusagen durchgezogen. Und wenn du jetzt ein System hast, wie jetzt vielleicht die Gemeinwohlökonomie mit Wohlfühlstumme etc., dann würde ich jetzt mal schätzen, dass es am effektivsten ist, wenn du es schaffst, irgendwie das selber komplett schon mal zu leben. Oder irgendwie, ich habe auch darüber nachgedacht, ob du sozusagen das für dich selber schon machen könntest, dass du dir selber regelmäßig mal deine Wohlfühlstimme dann aufschreibst. Und dann die Wohlfühlstimme, wenn du jetzt einkaufen gehst, von dem Geld, wenn du Straßenmusik gemacht hast und so weiter, wie viel hast du wo rein investiert, in welchen Supermarkt und dann mit deiner eigenen Wohlfühlstimme und dieser Datenerfassung selber experimentierst, jetzt in deinem Leben. Wenn du jetzt morgen aufstehst und dann kaufst du vielleicht was, machst du Straßenmusik oder sonst was und dann schon direkt deine Wohlfühlstimme, also sozusagen dieses, da anzufangen, wie kannst du es selber leben? Wechselwunsch? Wechselwunsch? Okay, ja. Bist du schon fertig? Mach ruhig rund. Okay, okay. Ne, genau, das war halt so ein Gedanke, weil ich habe es halt jetzt auch gemerkt, jetzt mit dem Schenkerweg und aus dem Staat austreten und ohne Geld leben, das war halt etwas, das konnte ich machen. Also ich musste nicht erst andere finden, dass die das irgendwie auf die Gesellschaft umsetzen, sondern es konnte mir jetzt relativ egal sein, ob jetzt irgendwelche Politiker oder Parteien oder Bundespräsidenten das jetzt auch machen oder nicht, aber ich konnte es einfach selber schon machen. Und deshalb, und das hat dann, glaube ich, und das kann dann, oder das bringt dann den Stein halt ins Rollen und deshalb frage ich mich jetzt bei der GWÖ, die du jetzt sozusagen leben möchtest, wie kannst du da für dich schon mal den Stein so ins Rollen bringen, dass du nicht abhängig davon bist, dass irgendwie andere Parteien dich dabei unterstützen. So, fertig. Wechsel vier. Ich habe zwei Dinge verstanden, dass die Splitterleute wollten natürlich wieder ihre, ich nenne es mal vorteilbringenden Irrtümer bei euch umgesetzt wissen und waren enttäuscht, dass ihr da nicht einfach mitgegangen seid. Aber so ist es eben in der alternativen Szene, es sind eigentlich lauter Leute, die nicht kooperations- oder kompromissfähig sind, sondern immer nur ihr Ding für Wahrheit halten und davon nicht abgehen wollen. Keinen Kompromiss und auch nicht mitdiskutieren und aufeinander sich zuentwickeln, das wollen die gar nicht. Und deswegen scheitert für mich die alternative Szene, erster Punkt. Der zweite Punkt ist, die Wohlfühlstimme ausprobieren können wir sofort. Das setzt aber eine ausreichend große Kommune voraus, denn der Mensch, der Savannenbonomo, lebte früher in 150er Gemeinschaften. Und dort müssten wir dann gucken, ob wir mit den Produkten, die die 150 sich gegenseitig schenken, wobei die Frauen natürlich besonders gut gucken, welche Männer was schenken und dann natürlich ihre Liebe aus biologischer Sicht auch ein bisschen gewichten danach, wie die Geschenke sind, welcher Männer und so weiter an die Gruppe und an die Kinder. Und dann erst, wenn zwei Gruppen, drei Gruppen, Nachbargruppen, die Töchter müssen ja in andere Gruppen abwandern, also muss es andere Kommunen geben, sobald Kinder geboren werden. Und wenn dann zwei, drei Gruppen da sind und wenn man dann tatsächlich Tauschhandel machen will, weil die eine Gruppe ein Produkt produziert, das man gerne hätte, aber das bei in der eigenen Gruppe keiner, in der eigenen Kommune keiner produzieren kann. Dann muss man wieder auf Tauschhandel setzen und dann muss man, erst dann braucht man die Wohlfühlstimme und die GWÖ-GWO-Kombi, denn erst durch den Tauschhandel wird ja der Schenker-Bonobo-Kommunismus zerstört und ruiniert. Wechsel, meine Zeit ist um, mein Konto ist um. Ihr habt noch viel Zeit. Wechsel drei? Ja, wechsel drei. Ja, da gebe ich dir recht, mit dieser Zerschlitterung der alternativen Szene, dass jeder sein eigenes Ding machen will. Und, ähm, oder fast jeder auf jeden Fall. Und, äh, naja, was wir jetzt ja machen, ist ja eine Form von Argumente-Austausch, wo, sag ich mal, das Annäherungspotenzial auf jeden Fall vorhanden ist, auch wenn es dann vielleicht am Ende des Gesprächs jetzt nicht so erscheint, dass man sich angenähert hat. Und ich bin halt jetzt wirklich viel am, äh, ja, was heißt viel, aber ich überlege mir dann schon, warum, also, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall, äh, ich, äh, ich, ich, ich gebe jetzt einfach mal weiter, äh, ja, ich gehe mal weiter. Also, Wechsel, einfach nur Wechsel sagen, dann ist, begibst du es in den Raum. Wechsel, Wechsel zwei kann ich dann sagen. Ich gehe mal so durch. Also ich möchte als erstes wieder betonen, dass wir sagen uns ja auch Irrtümer, dass ein Irrtum darin besteht, dass wir jetzt diese Schiene, weil die Menschen die primitiven Saban Bonobos sind und übers große Ganze nicht richtig nachdenken wollen, dass die allermeisten wahrscheinlich durch ein Konzept wie GWÖ, GWO oder Wohlfühlstimme vielleicht am besten vorwärts auch gebracht werden können. Da sind wir gar nicht anderer Meinung, sondern wir sehen das als eine ganz wertvolle Schiene an und machen da auch mit Werbung für und gucken, was da möglich ist. Dann gibt es zwei Irrtümer, die ich da noch drin sehe. Also alles nichts, was ein dramatisches Gegeneinander oder Nichtvereinbarkeit bedeuten würde, aber was auffällig ist. Das eine ist, du sagtest, die Politiker wollen alle nur über GWÖ sprechen und deshalb könnte man daraus ableiten, dass das vielleicht das Beste und Erfolgreichste ist. Das kann man aus meiner Sicht nicht so einfach erfolgern, weil es ja möglich ist, dass der ganze Politikerhaufen lieber über irgendein Thema spricht, womit sie ein noch viel wichtigeres Thema verdrängen. Also da muss man so in der Sache schauen, welche Themen sind wirklich wie entscheidend. Und der andere Irrtum ist eben, dass die ökonomische Reformidee oder Ideen, dass die so als alleiniger Schwerpunkt vielleicht, ich denke mal, so wirst du das auch nicht sehen. Und wir haben ja letztens darüber geredet, also wenn man vorhat, auch um überhaupt diese Modellexperimente ins Laufen zu bringen, die Politiker, die Mächtigen, die Elite dazu zu bringen. Also da steckt ja in deinem Konzept oder eurem Konzept, Dylan, die Vorstellung mit drin, dass man die Mächtigen ein Stück weit auch entmachtet. Das heißt, dass sie das nicht irgendwie willkürlich dann für irgendwelche Pläne so hin und her schieben oder missbrauchen können, sondern dass eher diese Politiker selbst auch unter solche Maßstäbe dann gestellt werden, wie sehr sie den Menschen wirklich gut tun und derartiges. Und wir sind uns aber, glaube ich, auch einig und deshalb führst du ja auch diese Gespräche, versuchst das so hinzuführen. Also im Moment erreichst du ja Politiker, die sind noch nicht anders geprägt oder verändert durch GWO oder Wohlfühlstimme, sondern wir versuchen direkt... Ich verstehe jetzt nicht, momentan. Entschuldigung. Ah, Henning ist mit dabei. Henning, kannst du mich jetzt wieder hören? Ist das akustisch hörbar? Ja, ich höre euch. Entschuldigung, ich hatte das Mikrofon offen und wollte eigentlich nicht unterbrechen. Meine Frau hat mich was gefragt. Ah, okay. Alles klar. Ja, also ich war dabei zu sagen, dass wir jetzt versuchen, ja an Leute aus der Elite so ranzukommen, damit die aus Einsicht die Weichen mit so umstellen, dass dann überhaupt auch diese Veränderungswirkung mit GWO und Wohlfühlstimme und so greifen kann. Dass da zumindest der Raum für geöffnet wird, Experimente damit zu machen und so. Ja, und ich denke, das ist eben das, wo wir, ich sage jetzt nicht als Widerspruch oder Unvereinbarkeit, sondern als zusätzliches Sagen, dass natürlich für den Menschen nicht nur ein Aspekt, der falsch ist, als verändernswert, ja, erkennenswert auch ist, wie eben jetzt im ökonomischen Bereich diese Veränderungsmöglichkeit, von der wir viel halten. Sondern man kann eben auch sagen, eigentlich wäre es wichtig, dass die Menschen insgesamt sagen, wir wollen nicht Irrtümern folgen, wir wollen nicht Vorteil bringen, wenn Irrtümern folgen. Wir wollen dem folgen, was ohne solche Verzerrungen aufs Ganze gesehen sinnvoll und verantwortlich sein kann. Und deshalb wollen wir auch dann solche Experimente zulassen, wie die GWO oder Wohlfühlstimme. Und ich denke, der zentralste Weg ist eben den Politikern zu sagen, lasst uns da nicht nur eine Wirtschaftsreform machen, sondern lasst uns die Zentralsteuerung wirklich auch auf größtmöglichen vernünftigen Sinn und Verantwortlichkeit umstellen. Und damit bin ich bei meiner Lebenspraxis. Deshalb bin ich hier im Camp, neben dem Kanzleramt, neben der Steuerzentrale, sagen wir mit diesem Camp schon seit Jahren, auch als vorgelebter alternative Versuch, wir müssen alle Ideen hören, nach den besten Argumenten gehen können, die besten Ideen auch wirklich zum Zuge kommen lassen. Wir brauchen die freie Argumente-Kultur. Ja, und ich kann nicht immer hier sein, aber ich freue mich, wenn ich da bin, dass ich das Camp unterstützen kann. Und ich habe vor, auf meine Art, wenn ich komme, da gleich dann Akzente vielleicht mitzusetzen oder Impulse einzubringen, die das Geschehen zuspitzen können. Und deshalb mache ich ja am 29. meine gewaltfreie Aktion. Künstlerische Aktion, kreative Aktion, dass ich sage, ich mache einen radikal-pazifistischen Sturm aufs Kanzleramt, um da ein erstes korruptionsbefreites Büro hinzuschenken und zu ergänzen in diese Steuerungszentrale. Das nenne ich eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur, weil das haben sie noch nicht. Sie haben Arbeitsagenturen, Kriegsministerien, aber keine Nachhaltigkeits- und Friedensagenturen. Also für die wichtigste gesellschaftliche Aufgabe oder Zielsetzung gibt es noch gar keine Steuerungszentrale. Ja, und entweder sie geben mir so ein Büro oder ich will eine Strafanzeige dann am Montag. Und es wäre aber schon ein gewaltiger Durchbruch in meinen Augen, wenn die dann überhaupt antworten würden, hä, öff öff, im Büro kriegst du nicht, Strafanzeige, ja, können wir dir vielleicht geben. Aber wir sehen das Anliegen so weit ein, dass wir bereit sind, mit dir in Kommunikation zu gehen. Also hier für die Anliegen des Camps können wir gute Kontaktpolizisten schicken, dass ihr da nicht wegen Wasserfragen oder Grünflächenfragen zu viele Probleme habt. Da seid ihr auch umgänglich, können wir uns einigen. Und wichtiger noch, schickt mir Wissenschaftler. Wissenschaftler, mit denen man überhaupt vernünftig darüber nachdenken kann, was bedeutet eine verantwortliche Grundsteuerung für die Gesellschaft. In allen Aspekten und wichtige Aspekte werden dabei auch sein können, GWO, Wohlfühlstimme. Und ich gehe ja noch weiter, dass für die breite Masse, die da so verbohrt ist in ihrer Oberflächlichkeit und ihr Nichtdenken und in ihrer Tellerrandlogik, dass man vielleicht für manche auch ein alternatives Computerspiel braucht. Sowas wie ein Fortnite-Spiel, wo sie statt Hacken und Töten die Verantwortungsstufen der Entwicklungspsychologie durchleben können. Also am Ende, wenn sie das wollen, zum Post-Conventional-Level kommen können und solche Sachen. Ja, also das ist so meine Vorstellung, wie man die Dinge ergänzen kann. Und deshalb sitze ich jetzt hier und bin im Camp und bereite mich auf diese gewaltfreie Aktion vor und freue mich aber auch, dass es euch gibt und dass wir diese Talk-Werkstatt hier so machen, diese Werkstätten wie das Forum auch. Also ich sehe uns da vorne weg mit der Bereitschaft eben wirklich so, alles an sich rankommen zu lassen, drüber nachzudenken und jetzt hier Werkstätten zu machen, mit denen es vorwärts gehen soll. Ja, also ich danke euch, freue mich drüber und bin eigentlich damit fertig für diese Runde. Also Wechsel. Wechsel, genau. Jannik hat auch noch sechs Minuten auf der Uhr und der Henning hat, weil er später gekommen ist, hat jetzt noch vier Minuten auf der Uhr. Und Henning, du müsstest, wenn du was sagen willst, einfach Wechsel 5 sagen. Deine Nummer ist die 5, die Uhr Nummer 5. Wechsel 5. Ja, ist in Ordnung. Okay, Jannik. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier in diesem Camp gut ausgelastet mit denen, die ich zu tun habe, um hier erstmal auch das vorzuleben, überhaupt diese Gemeinschaft hinzukriegen. Und wir haben halt ein, oder ich, ich gehe halt vom anderen Ansatz, Ansatz ran. Also, und, aber ich habe das mit dieser Gemeinwohlökonomie und dieser Wohlfühlstimme, wie gesagt, ja oft gedanklich mitgenommen. Und werde das vielleicht auch weiter mal gedanklich mitnehmen. Und, dass ich mir da vielleicht auch mal eine klarere Meinung zu bilde, als ich das jetzt vielleicht irgendwie habe und gebe weiter. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Entschuldigung, dass ich so spät erst dazugekommen bin. Ich habe also die Diskussion jetzt weniger verfolgen können, kann auch weniger dazu sagen. Aber ich möchte etwas in die Runde einbringen, was ich die Tage erlebt habe, beziehungsweise gestern und vorgestern. Und zwar hatte ich zwei sehr interessante Gespräche. Das eine Gespräch war mit unserem Bürgermeister, unserem Neuen, der gewählt wird. Da habe ich ihn gefragt, was die Ursache von Korruption ist. Ich habe einen Termin anstehen. Ich werde es ihm erklären. Ich habe ihm nur gesagt, dass es Energiemangel ist. Und er hat mir sämtliche Sachen aufgezählt. Ich habe immer gesagt, nee, nee, ist was anderes. Und dann habe ich gesagt, dass es Energiemangel ist. Und dann wollte er es auch näher wissen. Dazu hat er aber leider nicht die Zeit gereicht, dass ich ihm das erklären konnte. Wir machen einen Termin für nächste Woche. Das ist das eine. Dann hatte ich gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Rechteträger vom deutschen Volk. Um die richtige Wortbegrifflichkeit einmal zu benennen. Das heißt, es heißt immer, das deutsche Reich ist nicht untergegangen, aber das Rechtssubjekt deutsches Reich besteht. Das deutsche Reich ist aber eigentlich eine falsche Wortdefinition, weil es muss eigentlich heißen, das deutsche Volk. Weil der Wille des Volkes ist das Entscheidende für das Rechtsobjekt, was also in dem Raum steht. Und zwar geht das in dem Zusammenhang nur um eine Orientierung zu bekommen. Die UN, also die Vereinten Nationen in New York, sind gegründet worden, weil sich dort alle Feindstaaten gegen Deutschland erhoben haben und zusammengeschlossen haben, um eventuell einen Frieden zu machen. Diese Feindstaaten waren allesamt außer der Schweiz. Und die Schweiz ist erst vor kurzem hinzugetreten und hat somit dem deutschen Volk eigentlich eine Kriegserklärung gegeben. Weil die Schweiz war immer ein neutraler Staat. Und die Neutralität zwischen den Feindstaaten vom deutschen Volk, die bis dahin alle waren, Im Grunde genommen sind ja alle Völker gegen das deutsche Volk durch die Kriegsgeschehnisse geworden. Aber das Völkerrecht, deutsches Volk existiert im Völkerrecht noch. Und dieser Mann, mit dem ich gesprochen habe, ist also kein Reichsbürger in dem Sinne, dass er irgendwie König oder sonst was werden will, sondern lediglich ein auf dem Rechtswege sich gegebene Rechteträger für die Handlungsfähigkeit des deutschen Volkes. Und er hat da so, wie gesagt, schriftlich eine Rechtsanweisung, eine Klage eingereicht, da an die Botschaften von Amerika, England, Frankreich und Russland, um dem deutschen Volk wieder Handlungsfähigkeit zu geben, hat er Klage eingereicht. Und wie gesagt, dadurch, dass also die Schweiz in den Völkerbund mit eingetreten ist, der UN oder beigetreten ist, sind also quasi alle Völker gegen das deutsche Volk. Und es kann jetzt eigentlich nur noch einen Frieden geben oder was daraus hervorgeht. Was daraus hervorgeht, ist letztendlich das, wie die Siegermächte darüber antworten. Um das mal so zu sagen. Das ist der Stand der Dinge auf dem Rechtsweg. Dann haben wir uns unterhalten über meine energetische Sichtweise. Und wir haben uns da sehr hervorragend ergänzt. Und ja, Korruption, was momentan herrscht, ist Energiemangel. Und dieser Energiemangel zeigt sich auch sehr deutlich in der Energiekrise, die wir haben. Da mich aber keiner versteht, wie Energien funktionieren. Ja, ist in Ordnung. Bleib du bei deiner Zeit. Okay, bitte gerne. Ich gebe das Wort frei. Öffi hat noch Zeit und Yannick hat noch Zeit. Ich habe keine Zeit mehr. Henning hat keine Zeit mehr. Ja, dann Wechsel 2. Danke, Henning, für deine Erklärung. Es ist wichtig, mit den Menschen zu reden. Wobei ich mit dem Begriff auch schon Rechte träge. Das ist immer die Frage, wer gibt eigentlich welche Rechte? Also wenn da so ein Verständnis oder eine Mauschelei von Rechten und Rechteübertragung irgendwo geschieht, die ohne mein Wissen, mein Kenntnis und meine Zustimmung entweder früher geschehen ist oder jetzt geschieht, dann sage ich ja meist, es ist eigentlich nicht mein Ding. Also ich würde mich freuen, wenn alle Menschen einander einfach als vernünftige Wesen, die miteinander auch über Moral und Gewissensfragen klären können, sprechen können, wenn die so frei miteinander umgehen und da gar keine Normen oder Herrschaftsregeln anwenden, die fremdbestimmt oder auch in gewissem Maße eben willkürlich und übergriffig sind gegenüber den Menschen, die davon betroffen sind. Aber trotzdem, also mit allen Reden ist wichtig, Energiemangel, da weiß ich ja, dass du denkst, es gibt so physikalische Veränderungen auch mit dem Licht, was uns jetzt erreicht, sodass da eben aus solchen äußeren geschichtlichen Abläufen her das Level sich erhöht. Da sage ich ja immer, ich freue mich drüber, wenn sowas alles hinzukommt. Es können uns Götter und Mächte helfen, aber alle werden keinen Ersatz darin sehen, auch in ihrer Hilfe, dass wir eben einfach hingehen und von uns aus das Stimmigste und Folgerichtigste tun für verantwortliche Entwicklung. Und deshalb, also ihr kennt alle meine Einladung, also wir sollten überall Freiheitsreservate gründen und am besten wäre es sogar, wenn wir irgendwo die Türen hinter uns abschließen können und haben keine anderen Aufgabenbindungen, durch die wir das nicht machen könnten, dann ist das Beste, alle gehen nach Berlin hier zum Friedenscamp und unterstützen den Jannik. Und ja, also ihr kennt mich ja mit meinen Sprüchen. Mehr habe ich für diese Runde eigentlich gar nicht zu sagen und gebe damit meine Zeit oder das Mikrofon auch frei. Jannik hat noch Zeit. Ja, also ich habe auch gar nichts zu sagen. Ich würde meine Zeit auch gern freigeben. Ja, und mein Vorschlag ist die nächste Runde. Ich hatte den Eindruck, dass die fünf Minuten war viel besser als die zehn Minuten Rhythmus. Deswegen mein Vorschlag, wir machen wieder fünf Minuten und dann würde ich gern sagen, Wechsel vier und anfangen. Ja, dann Wechsel vier. Ja, also Öff, Öff, du hast vorhin so Dinge gesagt. Also erst einmal Jannik und Öff, Öff. Es wäre doch eigentlich ideal, wenn ich bei euren Strategien mitarbeiten würde, bei euren Aktionen, wie ihr es glaube ich auch nennt, Aktionen. Aber ich bin nicht überzeugt, welchen Irrtum habe ich, wieso, habe ich ein Irrtum, weil ich nicht überzeugt bin oder habt ihr ein Irrtum im Kopf, wenn ihr nicht mit den großen Parteien sprecht und nur gemeinsam wären wir stark. Wenn ihr alle genauso wie ich mit den Parteien telefonieren würde, dann würde sich das viel dreimal so schnell rumsprechen, dass da was am Gange ist mit der Weltveränderung und so weiter. Und bis jetzt bin ich es ja nur alleine, weil unsere Professoren ja quasi zwar Mitglieder der Eltern sind. Was? Wechselwunsch. Ja, alles klar, da mache ich den Gedanken nur kurz zu Ende. Unsere Professoren sind ja eben zwar bereit, mit Weichsberger und mit den Parteien zu reden, aber nicht bereit, jetzt Klinken zu putzen, wechselt Schwein. Ja, Dylan, also ich glaube, da siehst du wieder jetzt eigentlich nicht so die Gemeinsamkeiten, weil ich sitze hier in Berlin, wir sitzen vor den Politikern, den Parteienpolitikern, den Regierenden. Ich habe erst vor ein paar Tagen denen eben meine Ankündigung schon, also wie ich das immer mache, ich arbeite ja nur mit offengelegten Strategien, geschickt und sowas. Das heißt, wir sind durchaus auch da, um mit den Politikern zu reden oder das Gespräch zu suchen. Es sind nur verschiedene Themen, die sich im Endeffekt aus meiner Sicht aber ja eh dann verbinden müssen. Also FRAC und GWO oder Wohlfühlstimme sind ja nicht entweder oder, sondern sind kombinierte Inhalte und Strategien. Und ich würde deshalb einfach sagen, ich freue mich, wie wir da an verschiedenen Akzenten so auch arbeiten. Und klar, also ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt schon gemacht, dich in diese Schenker-Chat-Gruppen da reinzusetzen? Wenn nicht, dann war es Reines, nicht dran denken. Also dann mache ich das und ich prüfe das nochmal, ob ich dich da in die Gruppen reingesetzt habe. Setze ich auch mal in dieses Friedenscamp, in den Friedenscamp-Chat mit rein. Wechselwunsch. Genau, und dann können wir da gucken, wie wir uns ergänzen. Alle mit allen möglichen Politikern reden und vielleicht auch das andere Anliegen immer mit einbringen. Also wir dann die GWO oder Wohlfühlstimme als Reformidee. Du aber wirst wahrscheinlich eh machen, die freie Argumente-Kultur. Also von daher, ich gebe wieder ab. Also Wechsel vier. Ja, meine erste Frage, die hier noch auf dem Zettel steht. Was willst du den Politikern, nehmen wir mal an, die kommen im Bundeskanzleramt mit dir ins Gespräch. Was willst du ihnen sagen? Und dann würde ich gerne dazu sagen, wo ich das für produktiv oder für kontraproduktiv halten würde. Zweiter Punkt ist, wo sind die großen Kommunen? Denn die Strategie Kommune, ich gebe gerade wieder viel Geld aus für Werbung für die Kommune Köln-Süd. Und Resonanz ist nahe Null. Ich habe letztens zwei Stunden mit einer ganz netten Frau telefoniert. Aber die wird sich wahrscheinlich auch wieder nicht melden, weil die dann wieder so eine Psychoschiene stärker hat. Ja, mal sehen. Ich bin mal gespannt. Aber bis jetzt funktioniert einfach große Kommune und damit experimentieren mit Wohlfühlstimme durch Kommunen, Kooperation. Denn nochmal, Janik, für dich nochmal als Hinweis. In dem Moment, wo ich den Tauschhandel habe, zwischen zwei Gruppen beginnt nämlich das kapitalistische Grundproblem wieder, dass der für den Händler die andere Gruppe wieder nur noch Objekt wird, nämlich nur noch Opfer wird. Die Gruppe soll mir so viel abkaufen. Ob das gesund ist, was ich ihr verkaufe, ist mir völlig scheißegal. Diese Änderung kommt dann automatisch, wenn man dann keine Wohlfühlstimme und so weiter einführt. Also keine GWÖ-GWO-Kombi. Deswegen muss man das einführen. Aber jetzt, wie gesagt, zurück zu der Frage, die ich in den Raum stelle. Was würdest du den Leuten sagen und über was mit ihnen sprechen, wie der Weltwandel aussehen soll? Und was meine ich dann dazu, warum ich das für ein Irrtum oder für ein Gut halte? Wechsel? Ja, Wechsel zwei. Also ich werde Ihnen sagen, was in meiner Ankündigungsschrift auch schon so drin ist. Aber ich kann das in Punkten kurz zusammenfassen. Ich kann nicht damit leben, eigentlich kein Mensch könnte damit leben, dass die demokratische Diskutierbarkeit von Grundfragen, ob Corona oder Korruption allgemein, nicht ausreichend gegeben ist. Deshalb mache ich als Protestaktion jetzt hier diesen künstlerisch gewaltfreien Sturm aufs Kanzleramt, um da dieses Büro mitzubekommen. Also wenn ihr mir so ein Büro gebt, ganz toll. Wenn nicht, möchte ich wenigstens eine Strafanzeige, dass es auf dem Weg über Gerichtsprozesse weiter eine Gesprächsform findet. Und ihr könnt das alles abkürzen oder mir was Besseres bieten, indem ihr sagt, ihr bringt Wissenschaftler mit mir zusammen, die das einfach prüfen. Also ob da so ein Demokratiedefizit besteht bezüglich der Grundfragen und wie man das irgendwie beheben kann. Ja. Wechsel fünf. Ja, los. Ja, zur Pandemiebekämpfung möchte ich nur eins hinzufügen. Es steht auf der RKI-Seite selber zur Nazi-Zeit eine Selbstuntersuchung, dass also eine Körperverletzung oder eine Verletzung der Ehre und Würde steht wörtlich auf der RKI-Seite, die damals begangen worden ist zu den Nazi-Zeiten. Zu keiner Zeit der Welt, ja, müsste ich jetzt nachlesen, aber es ist zu keiner Zeit der Welt eine Erlaubnis da, dass man also quasi Körperverletzung oder Würdeverletzung machen darf, wie man es gemacht hat. Aber man macht es heute wieder und man fordert die Leute zur Impfung auf und die Impfung ist eine Körperverletzung schlicht hin. Und wenn man das unter Zwang macht, dann ist das kriminell. Und man kann auf die Seite vom RKI verweisen. Es steht dort wörtlich drinnen. Und ich habe das auch in meinem Botschafterkanal verlinkt, beziehungsweise da kann man das auch finden. Und da gibt es eigentlich keine Diskussion. Wer impfen will, ist ein Körperverletzer, ein Krimineller. Ganz klipp und klar. Soweit dazu. Und zu dem anderen Thema möchte ich gerne noch sagen, was also demnächst passiert, rein energetisch. Die Menschheit ist also vor 6000 Jahren in die Spaltung gegangen. Das heißt, der Körper und Seele hat sich vom Geist getrennt. Und diese Trennung wird wieder aufgehoben. Und das wird demnächst auch passieren. Und dieses Zusammenwirken, das heißt die Religion, die damals entstanden sind, die sich auch getrennt hat oder in Trennung gegangen sind, durch dieses Phänomen, dieses energetische Phänomen, dass die Leute, also die Anbindung über ihre zwölf Sinnesorgane verloren gegangen ist, durch die Energiemangel, weil sich die Erde mit der Vatersonne von der Muttersonne entfernt hat. Jetzt sind wir aber auf dem Weg, wo die Vatersonne wieder zur Muttersonne hinkommt. Und das Prinzip, also das Patriarch wird also immer kraftloser und das Matriarch wird wieder kraftvoller. Und dieses Prinzip der kraftvollen Mutter ist das, was wir demnächst erleben werden. Und wir werden das erleben, was auch jetzt Kommunikation ist. Kommunikation über Worte ist im Grunde genommen die Matrix, die drübergelegt worden ist durch den Verlust der Energie, der Anbindung zur Muttersonne damals vor 6.000 Jahren. Und die Kommunikation über die nonverbale Kommunikation, über die energetische Kommunikation, die kann keiner verstehen, nur derjenige, der sie erfahren hat. Ich habe sie erfahren. Ich weiß, wie sie funktioniert. Aber es kann sie im Grunde genommen auch keiner beschreiben, wie diese nonverbale Kommunikation ist, wo jeder sich mit jedem wieder versteht oder kommunizieren kann. Das ist ein Phänomen, das kann man in Worte nicht beschreiben. Und das sagen die Hopi-Indianer mittlerweile auch. Und das habe ich auch publiziert. Und es ist das Phänomen, dass wir wieder in Einheit, in Einklang mit den Naturkräften kommen. Wer diese Naturkräfte ausblendet, in Parteien denkt, in Spaltung denkt, in Grenzen denkt, der kann dieses nicht nachvollziehen. Es bedarf über die Komplexität, wie es mein Freund an der NATO als Mediator praktiziert, hinaus ein grenzenloses Denken, um das überhaupt zu begreifen, wovon ich rede. Und damit gebe ich weiter. Wechsel vier. Ich gehe mal nochmal direkt auf Öffi ein. Ich habe verstanden, Öffi, dass du quasi da so ein bisschen Druck machen möchtest, dass die Politiker sich öffnen, dem Gespräch und der Diskussion letztendlich einer Frack öffnen oder sogar einer Popper-Frack, zum Beispiel auch über die aktuellen Themen Gesundheitsskandal, Kriegssituation und was auch immer. Das habe ich erst mal so verstanden. Wenn ich ganz falsch liege, bitte Wechselwunsch rufen. Und wenn ich richtig liege, dann ist es eben so, dann kann ich dir berichten, ich spreche ja jetzt überall mit den Sekretärinnen der Politiker und so weiter. Und ganz oft sagen die mir, wenn sie... Wechselwunsch, Wechselwunsch. Also es geht nicht nur um die einzelnen Themen, sondern es werden Grundfragen nicht ausreichend diskutierbar gemacht. Ob bezüglich Corona oder vor allem dann eben so die größere Überschrift, Korruptionssysteme insgesamt. Könnte man auch dann das Kriegsthema nehmen, aber ich würde das nicht so in ein solches Einzelthema schicken lassen, sondern ich würde da wirklich sagen, ich will mit Ihnen über die Grundfragen reden, wie man da jetzt eine hinreichende Demokratiediskussion machen kann, die sich da öffnet. Fragt ja, kann man sagen, aber ich will gar nicht so ein Einzelthema auch daraus machen, sondern ich will sagen, Leute, wir können grundlegende Sachen nicht ausreichend diskutieren. Dieses Problem wünsche ich mir, dass da zumindest drüber gesprochen werden kann. Und deshalb, wenn Sie mir Wissenschaftler schicken, brauche ich hier auch nicht sagen, ich will dafür jetzt hier so eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur reinbringen, und es braucht keine Strafanzeigen, sondern wir können einfach schauen, ist das begründet, dass da so ein Diskussions- oder Demokratiedefizit besteht, und wie kann man das beheben? Wechsel. Technischer Hinweis, irgendwo gibt es überall Störstimmen. Vielleicht, wenn jetzt mal Einzelne, vielleicht mal, wer hat im Hintergrund Leute, die ständig irgendwas reden, dann vielleicht das Mikro so lange ausstellen. Es kann aber auch eine Rückkopplung sein, wegen zu lautem Lautsprecher. Den Lautsprecher immer so leise wie möglich machen. Ja. Und jetzt Wechsel 4. Also, dann habe ich dich doch richtig verstanden, öff, öff. Und aber genau das ist das, was mir die Sekretärinnen immer sagen, wenn sie erleben würden, also zu mir sagen die das, wie viele Verrückte hier jeden Tag anrufen. Und wir können wirklich nicht mit jedem sprechen. Das sind so viele jeden Tag. Das wäre unzumutbar. Sondern eben, aber bei mir sagen die natürlich, ja, Weltrat und dann die ehemalige Bundesrepublik, Bundesministerin, die leider jetzt verstorben ist, da machen wir natürlich, stellen wir gerne den Kontakt her. Aber normalerweise ist das eben so, dass Politiker das nicht tun. Leider ist meine Zeit zu Ende. Wechsel. Ja, Wechsel 2 können wir machen. Bist du soweit, Dill? Natürlich, natürlich. Wenn ich nichts sage, läuft es schon. Alles klar. Also, ich meine, natürlich mögen die überlaufen, sein von Verrückten. Aber es ist Verantwortung der Politiker, auch ein bisschen dann die Geister unterscheiden zu können. Also, wenn sie für die Bevölkerung irgendwie ansprechbar sein wollen, dann müssten sie zumindest schon mit einer Grobunterscheidung gucken, ist das jetzt der nächste Verrückte oder ist das nicht? Und wenn ich dann als Beispiele anführe, warum sehe ich da eine fehlende Diskutierbarkeit von Grundfragen? Und ich sage dann in zwei, drei Sätzen und habe es ja auch geschrieben an sie bezüglich Corona. Angela Merkel sagt, größte Freiheits- und Demokratieeingriffe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Bundespräsident sagt, wenn besonders starke Eingriffe, muss auch besonders starke Diskutierbarkeit da sein. Aber er lädt nur zwei Randfiguren der Maßnahmenkritiker ein und die wichtigsten Argumente oder Argumentevertreter werden nicht mit zugelassen. Ob Bhakti, Wodak und so weiter oder wir jetzt auch hier als Organisatoren dieses Widerstands-Seltcamps. So, das muss reichen, damit dann ein Zuständiger der Politiker sieht, nee, ist jetzt hier nicht einfach irgendwelche zusätzliche oder nächste Verrücktheit, sondern sind Argumente. Genauso, wenn ich sage, bezüglich der Korruptionssysteme insgesamt. Ja, dann reicht das ja. Auch bezüglich der Korruptionssysteme. Da kann ich das klar so begründen, dass sie das nicht als verrückt abwiegeln können. Und das müssen sie leisten können, die Politiker, dass sie da die Geister dann unterscheiden können. Zumindest auf zumutbare Weise, wenn es deutlich genug ist. Nur noch Henning hat ein bisschen Zeit. 16.05 Uhr, ja. Ich möchte nur dazu sagen, dass also die ganzen politischen Gespräche immer Parteigespräche sind. Das heißt, sie sind grundsätzlich in der Spaltung von sich selbst zu anderen Parteien. Und diese Spaltung kann sich nur energetisch auflösen in der Kommunikation. Die Kommunikation, die Basiskommunikation, die energetische Kommunikation ist eine Wechselwirkung der Energien, der Frequenzen. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und letztendlich wird das passieren, wo es in den Religionen heißt, Ephraim und Josef kommen wieder zusammen. Der verlorene Sohn wird wieder gefunden. Oder die Wiederankunft von Jesu Christi. Es ist einfach nur das Wiederzusammenwirken aller Kräfte in einem Einklang, in der Schwingung, in der Ausstrahlung und in der Resonanz in Einklang zu kommen. Und das ist das, was energetisch passieren wird. Und das prophezeien die Botschafter, beziehungsweise die Hopi-Indianer und die Indigenen, selbst die Politiker hier von Bolivien und von Peru. Und die sind alle in der gleichen Richtung, auch im Denken und im Handeln. Und ich freue mich auf eine wunderbare Zukunft. Egal, was ihr euch jetzt ausbehobert. So, Wechsel vier. Alle haben neue Zeit. Öff, öff. Die entscheidende Punkt ist für mich jetzt. Wenn ich mit dem Politiker spreche, mit dem Ziel GWÖ, GWO für ihn als das Nachfolgemodell für die soziale Marktwirtschaft zu verstehen. Dann habe ich immer im Hinterkopf auch die spätere Einführung der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierungen, die ja die Politiker zwingt, zu Fragpolitikern zu werden. Also das, was du dir wünschst von den Politikern, traue ich den Politikern per Geisteskraft nicht zu. Das werden die nicht verstehen. Deswegen halte ich diese Aktion für sinnlos. Was sie verstehen können vielleicht, ist, dass wir die Probleme der sozialen Marktwirtschaft vielleicht lösen können mit GWÖ, GWO-Kombi. Und dass sie dadurch 15% mehr Wählerstimmen kriegen. Das können sie auch verstehen. Und dass sie ein Wirtschaftswunder damit erziehen können. Das können sie vielleicht verstehen. Aber, und sie können dann auch verstehen, dass die GWÖ, GWO, die Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung dazu führt, dass sie erst ausbezahlt werden müssen, damit es anständig zugeht, im Sinne der Besitzstandswahrung. Und dann aber nur noch leistungsfähige Politiker überleben werden, die ständig im Fraggespräch mit den Denkern der Gesellschaft sind. Denn wer da nicht offen ist, also quasi die Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung als neues Demokratiesystem, öffnet quasi die Türen der Politikersperrangel weit für Leute wie dich, Öffi, und wie mich und wie alle anderen Denker. Weil wenn sie dann noch irgendetwas Wichtiges überhören, dann werden sie nämlich abgewählt. Weil sie in der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn sie nicht genau dieses Gespräch, was du mit ihnen haben willst, ständig führen. Denn dann sind sie irgendwann kompetenzmäßig abgehängt. Und darin würde ich was Sinnvolles sehen, so mit den Politikern zu telefonieren oder live zu sprechen im Bundeskanzleramt. Aber eben die Hoffnung, dass die Politiker erkennen werden, ja, ich mache nur noch rund, dass die Hoffnung, dass die Politiker durch ihre Geisteskraft dich verstehen werden, die halte ich für völlig unrealistisch. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also ich hoffe, Sie hören es. Also man könnte sich ja regelrecht wünschen, dass Sie uns jetzt abhören, weil Sie dann erfahren von Dillen, dass er Ihre Geisteskraft zu niedrig und zu beschränkt hält, um den Gedanken eben, wir brauchen insgesamt verantwortliches Denken ohne Korruption, ob bei Corona oder bei anderen Korruptionsthemen, dass Sie nicht imstande sind, das eben so geistig nachzuvollziehen oder dann überhaupt darüber dann entscheiden zu können. Also, liebe Politiker, ihr müsst das jetzt unbedingt hören. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Talks immer hört. Und einiges wird sich ja für euch öfters wiederholen, sodass ihr da denkt, muss man nicht immer wieder dabei sein. Aber vielleicht, also ihr habt ja doch viele Leute, die ihr bezahlt, also von euren Agenten. Vielleicht ist da einer mit bei, der jetzt sogar Dillens Erwartung übertrifft und auch verstehen kann, worum es geht und dass das keine Kleinigkeit ist und dass es gut wäre, wenn man schon direkt auch mit den Politikern darüber ins Gespräch kommen könnte und zumindest einen Raum wissenschaftlicher Forschung öffnen könnte, wie man da jetzt eben ja doch von Korruptionssystemen zu Verantwortungsargumentesystemen überwechseln könnte. Okay, ja, das wollte ich nur sagen, also zu diesem Ding. Ansonsten freue ich mich ja, dass wir da einfach kooperieren und versuchen, irgendwo den Beton zu durchstoßen mit dem, was die anderen auch hoffentlich mal irgendwann verstehen können. Ja, ich wechsle. Wechsle vier. Ja, dann macht der Henning erst. Wechsle fünf. Ja, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Um dieses Friedenswillen mit Politikern. Politiker sind Geschäftemacher und Geschäftemacher bedingen Tausch oder Täuschung. Und ich habe es ja dem Franz Hörmann auch erklärt mit der Symbolik der Geldmünze. Und das Video ist mittlerweile auch wieder im Internet. Jeder, der für Geld arbeitet, ist korrupt. Und das ist auch der Irrtum. Und diesen Irrtum habe ich dem Franz Hörmann aufgelöst. Und es geht eigentlich beim Tauschen immer um Korruption. Solange ich im Tausch oder im Täuschen bin, bin ich in der Korruption. Erst das natürliche Prinzip, das Mutterprinzip des Schenkens ist wieder in der Heilung und ist in dem Frieden. Aber mit Frieden kann man kein Geld verdienen. Und das ist das, was die wenigsten verstehen. Und damit gebe ich weiter. Wechsel vier. Ja, Öffe. Weißt du, was die Politiker denken, aus meiner Sicht, naturwissenschaftlichen Sicht, denken werden, auch wenn sie es dir vielleicht nicht ins Gesicht sagen. Sie werden sagen, mit Querdenkern dürfen wir nicht reden. Denen dürfen wir keinen Raum für ihre rechte Hetze geben. Und dann werden sie Wege finden, aus dem Geschlecht sich rauszuschleichen. Und das war es dann. Das heißt, die haben bestimmte vorteilbringende Irrtümer im Kopf, die ja letztendlich zum Beispiel aus den Pharmakonzernen stammen, die also sozusagen Diskussion unterbinden, aktiv unterbinden, eben damit bestimmte vorteilbringende Irrtümer der Pharma-Sparte nicht hinterfragt werden können. Und Politiker sind nun mal gute Kumpane und Freunde und Geschenkeempfänger der Pharmakonzerne. Wechsel. Wechsel fünf. Dieser Irrtum oder diese Geschenke, von dem du gerade gesprochen hast, ist im Grunde genommen nur ein minderwertigeres Denken von Lebenswerten. Weil diejenigen, die Politiker alle in Geld denken und die auch in Zahlenwerten von Geld. Aber jeder Zahlenwert von Geld ist immer im minderen Wert von Lebenswert. Und was wieder in die Zukunft kommen wird oder was wieder in das Leben kommen wird, in das lebendige Jetzt, ist eben der Lebenswert. Und der Lebenswert ist unendlich unverhandelbar und unveräußerlich. Und da führt kein Weg dran vorbei. Damit gebe ich weiter. Ja, das neue Wort, Henning, für weitergeben, heißt einfach nur Wechsel. Damit die Leute wissen, dass sie jetzt den Raum wieder haben. Ja gut, weiß Bescheid. Ja, Wechsel zwei, können wir sagen. Wechsel zwei, ja? Ja, also ich glaube, so leicht haben es die Politiker nicht mehr. Ich hoffe ja auch sogar, dass ihnen diese Kleinigkeit, diese sehr offensichtliche Kleinigkeit auch irgendwo ein bisschen auffällt. Denn wir machen ja unsere Aktionen nicht erst seit Corona, sondern seit 30 Jahren. Und schon auf zum Teil Briefe, mit denen die Ausweispapiere zurückgegeben wurden, gab es Resonanz von wegen, also wir haben jetzt hier mit Achtung sozusagen ihre Ausführungen oder ihre Gedanken zur Kenntnis genommen. Wenn sie nicht rumlügen, dann haben sie sich da, da braucht man nicht viel Zeit für, sondern einen dieser Austrittsbriefe zu lesen oder E-Mails. Also wenn das dann mal, was weiß ich, zehn Minuten waren, weniger, dann reicht das. Und die Aussagen darin müssen eben, diese Verantwortung kann man den Politiker nicht absprechen, müssen für sie unterscheidbar sein. Also was ist verrückt und was ist sinnvoll? Was ist sinnvolle Kritik auch an uns? Oder Aufforderungen aus der Bevölkerung, dass wir uns mit was beschäftigen? Also schon da gab es das. Führende Politiker aus dem Landkreis in Hessen, also wo ich ja hauptsächlich wirke, da dieses... Wunsch! Ja, Wunsch! Also okay. Also da in Hessen, wo wir ja das größte Geflecht von Projekten von uns haben. Also der Herr Zacho, da der zweite Politiker des Landkreises, der da war, sitzt bei uns im Seminarraum und sagt, also man weiß das schon zu unterscheiden, dass das bei uns mit Substanz auch ist und man nimmt das schon zur Kenntnis oder bedenkt das, was wir da eingeben würden, so an Argumenten. Mit dem Polizeipräsidium in Berlin oder der Staatsanwaltschaft hier habe ich ja über dieses illegale Zelten und warum ich den Prozess haben möchte und so gesprochen. Dabei wurden echt inhaltliche Aussagen ausgetauscht. Ich bekam allerdings fast nur die Abwiegelung, da ist dieser Rahmen jetzt nicht passend. Sie müssen einen anderen Rahmen finden, um Ihre Aufklärungsabsicht da durchzubekommen. Hier bringt es keinen Prozess. Dann kam es ja sogar zu dem Prozess in Hessen, da wegen meinen Corona-Übertretungen. Und der Richter hat zum ersten Mal sich wirklich auf das Mitdurchdenken und Argumentieren bezüglich einzelner Argumentationslinien eingelassen. Und es gab keinen Widerspruch, sondern ich hätte ihn zum Nachdenken gebracht, aber mehr wolle er da nicht sagen. Und jetzt die Eingabe, die hier auch gekommen ist ans Bundeskanzleramt und im Jahr zuvor schon eine Vorbereitungsaktion mit Videos. Ja, also das müssen die mal irgendwann dann zur Kenntnis nehmen, wenn sie ihrer Verantwortung als Bevölkerung auch zugehörende Politiker oder auch unterscheidungsfähige Politiker irgendwie nachkommen können. Ich gebe ab. Wechsel vier. Also, Wechsel vier. Öffef, was beweist in deinem Denksystem dir, dass der Politiker anders reagieren wird im Kanzleramt als mit Querdenkern? Davon dürfen wir gar nicht reden. Denen dürfen wir keinen Raum für ihre Hetze und so weiter geben, ihre Verschwörungstheorien und so weiter. Was beweist dir das? Einerseits ist die Frage und die zweite Frage ist, dass mich interessieren würde, Janik, weißt du denn schon genau, wie die Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung funktioniert, um Politiker zu Frag-Politikern zu transformieren? Ja, also, Wechsel. Ja, ich würde kurz mal was sagen. Er schiebt ja Hinweis kurz nur noch. Ich höre immer noch sehr laute Hintergrundstimmen manchmal. Vielleicht ist noch ein Lautsprecher zu laut. Oder es reden zu viele Leute im Hintergrund, dann ein Mikro abstellen. Aber jetzt, Janik, Wechsel 3. Wechsel 3. Oder auf den Tisch, Daniel. Ja, Wechsel 3. Ich wollte nur kurz sagen, ich mache mein Handy jetzt aus. Ich spreche jetzt über Öffis Handy mit rein. Dann ist mein Handy schon mal aus der Leitung. Also nicht wundern, wenn ich da jetzt rausfalle. Ich würde dann jetzt bei Öffi mitreden. Ja, also, ich habe einfach den Eindruck, dass ich oder vielleicht auch wir einen anderen Ansatz haben. Aber ein entscheidendes Ding bei uns, also bei dir, Dylan, auch bei uns, und auch bei uns ist eben die Frage, wie kommt man aus diesem Kapitalismus raus? Und das machen wir eben, indem wir den Anspruch haben, keinerlei Vergeltungsmechanismen mehr zu verwenden. Also keine Geldzahlung und auch keine Tauschhandel. Und ich weiß nicht, ob dieses ganze Gemeinwohl mit Wohlfühlstimme und so weiter nicht ein Umweg wäre, wenn man das nicht einfach viel einfacher haben könnte. Wenn man einfach sagt, okay, man geht da über einen anderen Weg ran. Also so erscheint es mir zumindest. Also ich fände es jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte den Anspruch jetzt, die Politiker erreichen zu müssen, dass sie dann die Ideen, mit denen die Ideen inspiriert sind und sich das dann so Stück für Stück in die Richtung hin entwickelt. Da erscheint es mir zumindest jetzt, so wie wir das machen, gleich aus dem Staat auszutreten und eben gar nicht erst wieder was neues System mehr oder weniger nicht aufzwingen, aber den Menschen auch nicht aufdrängen. Aber ich habe irgendwie die Vermutung, dass das ein aufwendigerer Weg ist, als zu sagen, okay, man steigt aus dem Staat und aus dem Geldsystem aus und fängt dann gleich an, direkt in solchen Kommunen zu leben, wie wir ja auch schon in solchen Kommunen jetzt gerade schon leben. Genau. Wechsel. Ja, ich kann Wechsel 2 weitermachen. Ja, also deine Frage, Dylan, war, was beweist mir denn, dass die Politiker da was hören können oder hören? Also, wenn man von den Politikern ein absolutes Minimum an Wahrnehmungsfähigkeit erwarten kann, dann sind meine Beweise, dass alle Gespräche auf allen Ebenen, die bisher irgendwie zustande kamen und irgendwie ein paar Schritte weit gingen, dazu führten, dass mir nicht mehr widersprochen wurde, sondern ein Konsens zustande kam. Also, ob das eben jetzt war, soweit, wie man da jetzt Ausdruck verleihen konnte für diesen moralisch begründeten Staatsaustritt, dass wir keine Herrschaft an Leute geben können, die uns nicht gefragt haben und die wir nicht für verantwortlich halten. Ja, ich kann vielleicht dann da auch, denke ich mal, mit den zwei Sätzen noch abrunden, weil ich ja deine Frage beantworten will. Darüber hinaus, alle anderen Gespräche auch, ob mit dem Polizeipräsidium, ob mit dem Richter, ob mit einzelnen Polizisten, mit denen ich manchmal so ins inhaltliche Gespräch kam, wo zwei, also meine Mann und eine Frau, sich dann überlegt haben, ob sie sich von mir nicht trauen lassen sollten. Also Polizisten, die am Anfang so auf Kontrastandpunkt waren und auch alle Gespräche jetzt, Corona-Brückengespräche, einmal mit drei Maßnahmen befürwortenden Ärzten, wo als Konsens von allen, auch von diesen Ärzten herauskam, dass die Demokratiegefahren nicht zu leugnen sind und dass sowas wie das Demokratiecamp hier, Demokratieförsorgecamp, wertvoll wäre und genehmigt bleiben müsste oder so. Also das müssen die Politiker irgendwann noch wahrnehmen und sie könnten zumindest auf die Idee kommen, dass durch ein Gespräch zwischen mir und entsprechend qualifizierten Wissenschaftlern nochmal prüfen zu lassen. Janik, nur als kurzer Hinweis, technisch, hörst du mich, Janik? Ja. Nur als technischer Hinweis, ich habe jetzt nur noch 15 Sekunden, dir zu antworten. Wenn du da mehr wissen willst, kannst du mir ja gezeigt von deiner dann nachher geben. Ich versuche es nur in 15 Sekunden. Janik, die Vergeltungsbeendigung ist widerlegt naturwissenschaftlich, nämlich als dass das nicht geht mit Menschen, denn der Beweis ist, dass die Männer damals aufgehört haben zu schenken, als das Vergeltungsschenken der Frauen aufhörte durch den Beginn des Kapitalismus. Leider ist meine Zeit zu Ende. Kannst du ihm Zeit schenken? Ja, ich schenke dir Zeit. Dankeschön. Also, um das genauer zu erklären. Für mich ist es halt bewiesen, dass Menschen, die völlig vergeltungsfreie schenken, ihr wisst ja, dass ich auch für das Schenken bin, aber für das leicht vergeltungsorientierte Schenken. Und der Beweis ist einfach der, als die Händler anfingen, die Sexualität zu verteufeln und die Frauen ihr Liebeschenken einschränkten, bis hin zur Hexenverbrennung, wo sie dann verbrannt wurden, wenn sie zu sexuell war. In dem Moment, Janik, hörten tatsächlich die Männer auf zu schenken, denn sie laufen heute nicht mehr durch die Gegend und beschenken eine ganze Kommune, eine Liebeskommune und schenken allen alles, was sie erarbeiten, sondern schenken höchstens ihrer einen Ehefrau manchmal was. Und manchmal schenken sie noch nicht mal der noch. Das heißt, die Tatsache, dass da aufgehört wurde, zu schenken, beweist für mich naturwissenschaftlich sicher, dass Menschen gar nicht zum völlig vergeltungslosen Schenken fähig sind. Ich gebe mal erst wieder zurück an dich, Janik, oder so. Wechsel 5. Ich möchte kurz was dazu sagen. Das, was du sagst mit Vergeltung, schenken, was nachgelassen hat, ist ein Energiemangel, ist oder bedingt ein Energiemangel. Nur das als Eingabe mit dabei. Ich gebe weiter. Wechsel. Ich würde da jetzt spontan zu sagen, und ich würde vielleicht auch gerne gleich an Öffi noch kurz, oder, ja, was heißt kurz, oder gleich an Öffi auch noch weiter wechseln zu dem Thema. Ja, nur weil das jetzt damals aufgehört hat, warum soll denn das jetzt nicht trotzdem wiederbelebt werden? Also, verstehe ich nicht. Also, warum soll es nicht möglich sein? Und ich habe den Eindruck, dass wir uns da eigentlich gut in die Richtung hin entwickeln können und damit auch andere inspirieren können, auch so zu handeln, auch dieses Schenken zu praktizieren. Allein in diesem Camp, wie viel wir uns jetzt hier schon gegenseitig beschenkt haben. Der eine hat einfach die Hose von mir genäht. Ich habe heute jemandem eine andere Jogginghose geschenkt, einfach weil ich es sinnvoll fand und nicht, weil ich da was vergelten wollte. Also, ich sehe das gar nicht so, dass der Mensch nicht zum Schenken bereit ist, sondern ich sehe das hier, dass das hier gut klappt. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, dass das nicht ginge. Ja, Wechsel 5. Vergeltungsloses Schenken finde ich wortbegrifflich daneben. Es ist einfach alles bedingungslos und die Natur agiert bedingungslos. Alle Lebenskräfte in der Natur sind bedingungslos. In der Harmonie, in der Aufrechterhaltung der Lebenskräfte im Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht wurde heraus oder wurde in Schieflage gebracht mit der Einführung durch Energiemangel von Rechten. Das Leben hat kein Recht. Das Leben ist eine Lebenskraft. Um diese Lebenskraft aufrecht zu erhalten, ist das Recht oder aufrecht. Also in dem Aufrecht ist das Recht drin, was man manipuliert hat. Und die Manipulation war aber nur möglich durch den Energiemangel, der immer mehr aufgetreten ist. Der Energiemangel ist aber, der hebt sich jetzt wieder auf, weil wir genau wieder in die Energie, also zur Quelle uns wieder hinbewegen, zur Muttersonne der Galaxie. Und in dem Moment, wo also auch der energetische Wechsel von Plus Minus wieder stattfindet, wird die Matrixkommunikation, die wir jetzt mit Wortbegriffen haben, noch sich auflösen, dahingehend, dass wir nonverbal, also ohne dass wir Wörter sprechen, kommunizieren können. Sowohl zwischen Tieren, sowohl zwischen Pflanzen, sowohl zwischen auch mit der Erde selber. Also quasi mit allem, was Licht und Leben ist. Das können die wenigsten begreifen, weil sie es einfach nicht fühlen oder nicht sehen können. Das kann man nicht sehen, das kann man nur fühlen. Und es gibt nur sehr wenige Menschen, die dieses Gefühl erlebt haben. Und das sind Menschen durch Nahtoderlebnisse und das sind Menschen wie ich, die epigenetisch umprogrammiert worden sind. Und ich kann es nur beschreiben, wie die Mechanismus ist. Aber ich kann nicht beschreiben, was man erlebt letztendlich, weil das kann man nicht in Worte fassen. Das ist das Problem, dass wir eigentlich nicht gehört und verstanden oder begriffen werden. Und ja, das Leben ist, also das Grundgesetz überhaupt ist, Bedingungslosigkeit in Harmonie, im Aufrechterhalten aller Lebenskräfte, im Gleichgewicht. Und wer diesen Grundsatz missachtet, ist in einem Recht irgendetwas, wieder der Natur, wieder den Fluss der Natur bewerkstelligen zu wollen. Und das hat keine Kraft mehr. Diese Kraft wird schwinden und die Naturkraft wird stärker. Das ist mein Einwand dazu und gebe weiter Wechsel. Ja, kannst du mir noch ein bisschen Zeit schenken. Ja, dann schenke ich Öffi ihm ein bisschen Zeit. Ja, das sind zehn Sekunden noch, Öffi, pass dich kurz. Ja, also dann sage ich einfach, dass egal, was bei dem Bonobos war und was mit den Händlern war, wir einfach das Vergeltungslose schenken als Struktur unseres Geistes erkennen können. Es ist vernünftig, das zu tun im rechten Maß, also jedem Ding sein rechtes Maß und seinen rechten Platz im Ganzen und dass man das einfach macht, ohne es an Einzelstellen durch mehr Vergeltung zu verzerren. Und dann können wir das tun, wenn wir uns so für unseren Geist und unsere Vernunft entscheiden. Henning hat noch ein paar Sekunden. Ja, danke für das Wort. Ich bedanke mich, dabei gewesen zu sein und wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, wir machen ja noch weiter. Es geht um die nächste Runde, die wir dann, ja, wir schaffen noch eine nächste Runde. Ja gut, also wie gesagt, ich stehe auf dem Standpunkt der Naturgesetze und die werden wirksamer. Ja. Es geht noch weiter, bis 10, ne? Bis 10, gell? Ja, ja. Also, Wechsel 4. Ja, Janik, natürlich können Menschen jetzt die paar Leute, die ihr jetzt gerade um euch herum habt, ein bisschen schinken, weil das ja eigentlich mal unsere Natur war. Also, das geht natürlich. Aber du wirst es selbst erleben, dass nach einiger Zeit irgendjemand, weil ihr ja alle ohne Vergeltung, Vergeltungsdenken rangeht, wird der eine oder andere sich zu wenig, also er wird sich ausgenutzt fühlen oder zu wenig, er wird denken, dass er zu wenig bekommt, er wird vielleicht gar nicht darüber sprechen, auf jeden Fall wird er verschwinden oder es werden nicht mehr Leute. Wenn die Leute, mit denen ihr gestern und heute alle geschenkt habt, wenn die alle bleiben würden, weil es sie so beglückt, dann würde es ja zu einem Wachstum der Kommune kommen und dann hätten wir wieder funktionierende Schenkerkommunen. Aber ich garantiere dir, dass bei völligen Ausblenden des Vergeltungsdenkens irgendjemand irgendwann unzufrieden sein wird und nicht mehr mitmachen wird und dann wieder weg sein wird. Und ohne eventuell darüber sprechen. Und zu Öffi nur noch einen Satz. Genau das, was du von den Politikern erwartest und was du so schilderst, dass du das bei dem Richter erlebt hast und so weiter. Ja, aber das führt eben auch nicht weiter. Ja, der Punkt ist ja, schaffen wir es einmal etwas zu erreichen, was weiterführt. Also schafft es der Herr Janik, dass das Schenken weitergeht auf Dauer. Schaffen wir es, Kommunen wachsen zu lassen und schaffen wir es, Gespräche fortzusetzen. Der Richter hat das ja am Ende ganz freundlich abgegeben. Wechselwunsch. Ja, Wechsel drei. Wechsel drei. Ja, da kann ich was zu sagen und ich habe schon den Eindruck, dass wir das schaffen, weil selbst wenn jetzt hier jemand im Camp ist und man beschenkt den und der haut dann ab oder so, dann hat man eine, ja, was heißt Energie, aber man hat ein Schenken und ein Erlebnis in die Welt gesetzt, was dieser Mensch auch mitnimmt, auch wenn er dann nicht mehr hier ist, was in die Welt getragen wird. Also man hinterlässt seine positiven Spuren und er erzeugt allein schon durch sein eigenes Schenken ein Mehrschenken global, weil man halt, so natürlich ist es ein mühseliger, langsamer Prozess. Ich meine, Dylan, wir haben beide vor einiger Zeit, ich glaube vor Monaten, zusammen im Forum geschrieben, wo du dann auch darauf hingewiesen hast, dass das ja, ja, recht, ja, recht wenig sei, wenn Öffi jetzt in 30 Jahren die paar Leute und so weiter. Also das ist natürlich von einer Seite betrachtet, kann ich das so verstehen, wenn das dann auch so aussieht, aber auf der anderen Seite, wenn man das von der anderen Seite betrachtet ist, man, das ist, das ist nicht, das ist nicht unbedingt nur der Maßstab, man muss dann auch bedenken, dass halt in der Zeit auch ganz viele Leute irgendwelche Fernsehberichte gesehen haben, also ganz viel wurde schon in die Welt getragen, nur weil jetzt vielleicht nicht Leute, dann so viele Leute vor Ort in den Kommunen sind. Wechselwunsch. Gut, dann bringe ich das jetzt noch kurz zu Ende, dass es wenig sei und der entscheidende Punkt dabei ist halt auch, man braucht Geduld, um die Welt zu verändern. Das sind vielleicht langsame Prozesse und das geht nicht schnell immer. Ja, fertig. Wechsel vier. Ja, Jannik, das ist aus meiner Sicht wieder eine ungenaue Rechnung, weil wenn du ganz zufrieden bist, dass wir ihr jetzt eine Schenksituation und damit etwas in die Welt hinein geschaffen habt, geht der andere vielleicht, weil er enttäuscht ist vom Thema des Schenkens und das für sich für den Rest des Lebens abgehakt hat. Das würde also bedeuten, dass vier Milliarden Menschen am Ende das Schenken für sich abhaken und vier Milliarden eigentlich sagen, die Erfahrung war ganz gut. Aber du kannst nicht die Welt, solange du noch vier Milliarden kapitalistische Nicht-Schenker hast, kannst du die Welt nicht heilen, weil dann immer noch Krieg und alles andere weitergemacht wird. Und von daher, wir müssen ganz nüchtern feststellen, weder der Weltrat noch die Schenkerbewegung haben irgendetwas erreicht. Sogar die Gemeinwohlökonomie hat außer einer gewissen Bekanntheit taktisch nichts erreicht. Real ist nichts geschehen. Ja, Wechselwunsch. Ja, ich mache nur den Satz zu Ende. Nur 0,0001% der Weltunternehmen praktizieren die Gemeinwohlökonomie, also hat sie nichts erreicht. Wechsel? Ja, also Wechsel drei. Das sehe ich halt nicht ganz so, weil das sehe ich zu absolutistisch. Also ich würde sagen, wir haben schon oder die Schenkerbewegung hat schon viel erreicht, aber das lässt sich halt nicht immer so ganz genau in rationalen Zahlen halt messen. Achso. Sondern ja, wie soll ich sagen? Und auch dieses, wenn du jetzt sagst vier Milliarden, das ist dann ja ein gewissen, also du kannst das auch nicht so linear sehen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du in einem Jahr dann irgendwie vielleicht einen Menschen dazu gefunden hast, der dann auch 100% mehr oder weniger diesen Schenkeranspruch hat, dann heißt es nicht, dass du dann automatisch siebeneinhalb Milliarden Jahre brauchst, bis dann du kannst das nicht so linear immer rational dann nach Zahlen sehen, sondern es kann manchmal ganz ganze Wellen geben. Es kann manchmal kritische Masseeffekt, dass das so einen richtigen Kipp-Effekt dann irgendwann manchmal gibt. Also das ja, so sehe ich das. Okay. Wechsel vier. Ja, guck mal, der Luis hatte damals in den Samstag mal einen sehr klugen Denker dazu gebracht, der mehrmals dabei war. Ich habe den sehr klugen Manfred mitgebracht und die beide haben wir im Prinzip verkrault, ja, weil die eben nichts attraktiv fanden an dem, was wir ihnen zu bieten hatten und das ist aus meiner Sicht die Realität und damit müssen wir ganz klar sein, wir müssen irgendwie insgesamt was anders machen. Wechsel. Wechselwunsch. Wechsel fünf. Wechsel fünf. Die Realität ist, dass die deutschen Behörden kein Geld mehr bekommen. Das ist ganz viel Störgeräusch im Hintergrund. Ganz viel Störstimmen im Hintergrund. Bitte. Ja, die höre ich auch, aber die kommen nicht von mir. Die Stimmen sind jetzt gerade rausgegangen. Also Wechsel fünf. Wechsel fünf. Die deutschen Behörden bekommen kein Geld mehr und in der Realität sieht das da, wirkt sich das so aus, dass wir momentan die Inflation haben, weil also die deutschen Behörden nur noch über die Steuergelder sich finanzieren müssen. Das heißt also, deswegen wird alles teurer gemacht und die Inflation ist letztendlich der Zerfall von den Geldwerten und spätestens wenn dieser Zerfall von den Geldwerten weg ist, dann kommen wir in das Schenken. Das ist ein natürliches Prinzip und diese Kraft der Natur, die wirkt sich auch diesbezüglich aus. Das heißt, alles, was im Außen passiert, wird im Grunde genommen immer von der Natur mit gelenkt und geleitet, von den Naturkräften. Die Naturkräfte werden jetzt kräftiger und alles, was gesagt oder gedacht wird, kommt in stärkerer Form wieder in Wechselwirkung oder in Reflexion auf einen selber zurück. Und deswegen achtet auf die Worte, achtet auf das, was ihr tut und ich höre auch in diesem Gespräch immer, dass ihr immer noch in der Spaltung von euch selbst in irgendwelchen Wunschdenken seid. Kommt in die Mitte der Wirklichkeit, in das jetzt, in das, was ihr wirklich wollt und gebe weiter und wechsel. Technischer Hinweis, Öffi, während der Henning gesprochen hat, war bei dir auch Mikrofon in der Aktivität zu hören. Also lieber dann ausschalten das Mikro. Das sieht dann der Mikrofone, der Zeichen. Ja, ist sinnvoll, die Mikros auszumachen. Also meins stört offensichtlich nicht. Ja, das Mikro ist frei, ihr habt alle noch Zeit und ich wäre noch interessiert an den Antworten auf meinen Einwand. Ja, also ich kann noch wechsel zwei. Wechsel zwei. Ja. Also ich kann nochmal sagen, also für mich ist nicht entscheidend, was jetzt den größten Masseneffekt im Moment dann erzeugt. Ich glaube, dass die logische Richtigkeit von Gedanken oder von Konzepten das sinnvollste ist als Maßstab. Und da kann man eben wirklich sagen, ich wiederhole es nochmal, egal ob irgendwelche tierischen Vorfahren oder Vorformen, ob die imstande waren, vergeltungslos zu schenken. Wir können als vernünftig erkennen, dass es sinnvoll ist, so alle Teile dieser Welt in den Gesamtzusammenhang sinnvoll einzuordnen, alles am passenden Platz und im passenden Maß. Und nicht so, dass man an irgendeiner Stelle sagt, ich muss jetzt hier mehr Vergeltungsbelohnung bekommen, als eben einfach aus der Logik des passenden Platzes und passenden Maßes richtig ist. Diese geistige Fähigkeit, so unsere Vernunft, vernünftiges Sinndenken oder unsere Vernunft Seele, auch wie man das nennen kann, das wahrzunehmen und die Möglichkeit zu sehen, dass wir nach dieser Logik handeln können, ist die Basis, diese Möglichkeit zu haben. Und dann ist mir egal, ehrlich gesagt, ob irgendwelche Leute, weil sie eben doch meinen, nee, dass es hier richtig ist, dass es hier das richtige Maß ist, das reicht mir nicht, ich brauche Zusatzbelohnung. Es ist logisch eben einfach primitiv und eingeschränkt und verkrüppelt gegenüber dem freien, vernünftigen Denken und da müssen wir hinkommen, wenn wir zumindest eine ausreichende Verantwortungssteuerung durch solches Denken ermöglichen wollen. Wechselwunsch. Ja, so ist es. Ich gebe frei wieder. Wechsel fünf. Das Belohnungsprinzip, nein, Belohnungsprinzip ist falsch gesagt, ist fehlerhaft gesagt. Es geht letztendlich in der energetischen Kommunikation immer um Beziehung, wie in einer Liebesbeziehung. Und egal, mit was ich in Beziehung bin, ob das mit Dingen sind, die ich benutzen kann, ob das Steine sind, ob das Blumen sind, ob das Tiere sind oder ob das Menschen sind. Die Beziehung, wie ich miteinander umgehe, ist letztendlich das Ausschlaggebende. Und wenn ich diesen Grundsatz der Harmonie und der Aufrechterhaltung aller Lebenskräfte im Gleichgewicht missachte, bin ich nicht in einer Belohnung, sondern in einer Selbstbestrafung durch eben diese Beziehungskräfte, die wirken. Und diese Beziehungskräfte, die wirken, die kann zwar keiner sehen, aber die können wir erleben oder bemerken. Und dieses Bemerkung kommt immer mehr in die Kraft. Und das ist das, was auch das Mutterprinzip wieder ausmacht, dass wir uns wirklich beschenken beziehungsweise darauf achten, dass wir uns nicht mehr ausrauben lassen, nicht mehr korrumpieren. Im Grunde genommen korrumpieren wir uns immer selber und andere in einer Tat. Und das muss aufhören oder darf aufhören. Und das ist das, was auch die Hopi-Indianer am 10. Dezember 1992 vor den Vereinten Nationen gesagt haben, womit sie dann auch die größte Regenflut ausgelöst haben in New York bis dato. Und diese Energien, die dort fließen und die etwas bewirken, dass Reinigung passiert, die werden demnächst zu Ende sein. Und wenn die Reinigung zu Ende ist, dann sind wir wieder im Paradies. Dann ist der Geist wieder in Einklang mit Leib und Seele. Und das ist das, was die wenigsten verlieren, nicht kommunizieren können, weil sie den Geist abgetötet haben, weil sie in materialistischen Denken sind. Aber dieses materialistische Denken wird aufheben. Allein durch die Naturkräfte. Ja, bitte. Wechsel vier. Ja, Öffi und Yannik, hauptsächlich, ich will jetzt mal das praktische Beispiel der Szene hier machen. Wir Psychoanalytiker beobachten ja immer die Kommunenszene, die Gruppenszene. Zum Beispiel hat mich jetzt und früher schon sehr oft einfach etwas gestresst. Es ist ja kein gewaltiger Stress, dass über Öffis Mikrofon sehr oft auch sogar jetzt eben gerade als er gesprochen hat immer Hintergrundstimmen waren. Also für mich fehlt da die Gesprächsdisziplin dem anderen die Ruhe zu schenken, in Ruhe zuhören zu können und das zeigt schon, dass also einfach wenn da nicht gewisse Vergeltungsregeln sind, dass es dann eben sehr oft dazu kommt, dass der eine etwas unzufrieden ist und der andere zufriedener ist. Wechsel. Ja, Mittel zwei. Also Yannick und ich, wir versuchen uns einzuklinken oder einzuweben in zum Teil eben auch Wirklichkeitsentwicklungen um uns herum, die wir nicht vollständig steuern können. Also das von uns gedachte Demokratieförsorge-Camp, wofür wir auch ein Konzept gemacht haben, das würde so aussehen, dass man da wirklich das Camp in mehrere Zweige teilt. Ein Orga-Camp-Zweig, ein Politaktivisten-Zweig hier vor dem Kanzleramt, also alles disziplinierte Leute, die in der Lage sind, auch gewaltfreie Aktionen durchzuführen und einen Sozialarbeitszweig, der mit entsprechend kompetenter Sozialbetreuung ausgestattet wird. De facto ist dieses Camp jetzt hier einfach durchwachsen, also eine Mischung, also sowohl vom inhaltlich Konzeptionellen wie auch von der Zusammensetzung der Personen. Deshalb stößt da unser Versuch jetzt zu gucken, wie viel sich daraus machen lässt und wie gut wir dem eine, ja, eine fruchtbare Entwicklung dazu verhelfen können. Das stößt ja an Grenzen, das sehen wir einfach auch und trotzdem ist es wohl wert zu gucken, wie viel man daraus machen kann und sonst stellen wir uns wieder auf unsere unabhängigen Beine. Aber auch das zeigt, also auch, ja, man kann sehen, welche Konzepte könnten wie gut funktionieren. Ja, gerne. Also wenn wir uns endlich mal daran nachrichten würden, welche Konzepte jetzt wirklich welche argumentative Qualität haben und nicht, wir wollen es aber anders. Also hier ist einiges, nicht so flüssig, weil man es einfach auch anders wieder wollte. Aber da können wir daraus lernen, hoffe ich. Wechsel. Wechsel vier. Ja, ist da nicht diese, aus meiner Sicht, dieser Disziplin, Mangel bei der Akustik in den Talks, ist das nicht eher ein Nehmen, weil es mir etwas Nerven nimmt und ist das nicht eher ein Nehmen, während ich quasi zum Geben meiner Nerven gezwungen werde und die Zuschauer vielleicht auch, die Fernsehzuschauer Frage an Yannick und an alle anderen. Meine Zeit ist rum. Ja gut, ich kann wechseln zweieinander zu sagen. Also wir tun, was wir können, aber da erwarte ich, erwarte ich und ich möchte das hunderttausend Mal unterstreichen, dass wenn Leute sagen, es geht ihnen hier um Veränderung, um Verantwortungsveränderung und sie eine Sekunde lang darauf schauen, was wir dafür machen und welche Anstrengungen oder Nerven und was weiß ich wir dafür einsetzen, dann möchte ich einen gewissen Respekt und ansonsten sollen die Leute aus den Talks rausgehen, die ich da anbiete. Also so sage ich das auch ganz deutlich an der Stelle. Okay, wechseln. Ich habe keine Zeit mehr, aber alle anderen haben noch Zeit. Ich kann nur dazu sagen, Wechsel 5, ja, nehmt euch das Naturgesetz zu Herzen, geht in die Achtsamkeit, in die Harmonie, in der Aufrechterhaltung aller Lebenskräfte, in Gleichgewicht, alles andere ergibt sich letztendlich im Fluss der Energien, wenn man im Einklang mit den Energien ist. Und das werden auch meine Abschiedsworte sein, weil ich möchte auch noch was anderes machen. Ich wünsche euch was. Wechsel. Ihr habt noch Zeit, Yannick und Öffi. Okay. Ja, also, ich finde es auch schade, dass jetzt hier diese Störungen aufgetreten sind und ich möchte auch, dass es möglichst störungsfrei hier passiert, aber wäre es jetzt, wäre es schon zu 100% perfekt, aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass das möglichst störungsfrei in Zukunft ist und finde das auch gut, wenn es störungsfrei ist. Ja, wechsel. Ja, wechsel zwei dann. Also, ich danke für den Austausch, ich danke für die Bereitschaft derer, die was machen, also auch uns jetzt hier, die wir bereit sind, solche Werkstätten zu machen, wie zu gucken, ob wir hier im Talk versuchen, was vorwärts zu bringen, ob wir es durch unser praktisches Handeln versuchen, vorwärts zu bringen und ja, passiert eh viel zu wenig, insofern muss man extrem dankbar sein, wenn irgendwo in der Werkstatt gearbeitet wird. Ja, und damit wünsche ich euch Dank und Freude über das Gespräch, hoffe, die Zuschauer können, wenn sie offen sind, Anstöße daraus entnehmen, die sie auch zur Vorwärtsentwicklung befähigen, ihnen da Möglichkeiten geben und wünsche allen eine gute Nacht. Ja, die Yannick hat noch Zeit, ich würde sagen, eine Schlussrunde dann von einer Minute machen wir noch ganz zum Schluss. Yannick hat noch Zeit und er hat noch 26 Sekunden. Okay, dann mache ich es auch gern kurz und die Restzeit kann dann auch gern aufgeteilt werden, also danke für die Runde heute Abend, lass uns gern da weitermachen, wo wir jetzt heute aufhören, also gerne beim nächsten Mal weitermachen und ich wünsche uns einen schönen Abend und eine schöne Nacht und auf ein neues. Tschüssi. Dann mache ich jetzt meine Schlussminute, ja? Klar, immer. Also jeder hat noch eine Minute, jetzt nochmal für alle Fälle Wechsel vier oder die Schlussminute, können wir eigentlich auch nach Wechselmodus machen. Also Wechsel vier. Also ich bin nach wie vor nicht überzeugt, es ist noch nicht zu einer Ernährung gekommen, weil ich weder überzeugt bin, dass Öffis Strategie bei den Politikern zu einem weiteren Prozess führen kann und ich bin nicht überzeugt, dass das wirklich vergeltungslose Schenken, das ja in der Evolution verschwunden war, als die Sexualitätsunterdrückung begann durch die kapitalistischen Tauschhändler, dass ich da auch glaube, dass das vergeltungslose Schenken den Politikern nicht überzeugen wird, genauso wenig wie es mich überzeugt bis jetzt. Und wenn man darüber dann mit dem Politiker redet, man auch wieder nicht weiterkommt. Aber wir werden nächsten Samstag sehen, ob wir uns da vielleicht einen Millimeter annähern. Bis jetzt läuft es wie überall in der alternativen Szene. Wir reden zwar immerhin miteinander, aber es tut sich trotzdem nichts, keinerlei Annäherung. Zeit ist um. Alle anderen haben noch eine Minute. Ja, wird es sind fünf. Oder, ja gut, Janik, mach du erst. Nee, es war öff. Und ich sage mal Wechsel drei. Auch gleich als Erklärung. Also wir müssen gucken, ob der Janik da gleich dann wieder herkommen kann. Er ist jetzt hier durch einen dringlichen sozialen Vorgang im Camp erst mal weggerufen worden. Ein anderes Gespräch. Ich habe von mir aus meinen Abschied ja schon gesagt. Also Dank und Freude. Und nächsten Samstag wissen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Dann ist die gewaltfreie Aktion vorbei. Und wieder eine Woche Camp hier. Und das Camp brodelt hier so, dass man da nicht weiß genau, was passiert jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Tage. Total spannend, aber auch eben zum Teil unberechenbar. Also nächsten Samstag gibt es bestimmt wieder was an Neuigkeiten zu erzählen. Und Dank und Freude. und lasst uns weiterarbeiten, so gut wir können. Wechsel. Ja, Wechsel 5. Ich will nur noch dazu sagen, dass also die Gewaltfreiheit letztendlich in der Natur herrscht und dass die Naturkräfte auch über die Politiker herrschen werden. Und ja, die Politiker werden überflüssig werden, weil jeder Mensch für sich selber erster Diener im Staat ist, für sich selber, für seine Mitmenschen und für sein Umfeld. Und in diesem Sinne werden wir autark und werden letztendlich eine Einheit in einer Menschheit werden. Das ist meine Sichtweise, wie die energetischen Bewegungen fließt. Und das ist das, was ich auch in die Zukunft haben möchte. Und es wird passieren. Ich weiß, dass es passiert. Und wer in dem grenzenlosen Denken noch nicht so weit ist, der möge erstmal in Komplexität denken und dann in das grenzenlose Denken übergehen. Und damit alles Gute. Wechsel. Ja, sind wir durch für heute? Können wir verabschieden? Na klar, können wir verabschieden. Alles gut. Bis nächsten Samstag. Tschüssi. Bis nächsten Samstag. Tschüss. Tschüss.